Ja, viele Grüße an diese Adresse auch von uns. Wir stellen das Material, was wir hier heute anfangen, natürlich sehr gerne zur Verfügung. Rüth, jetzt nochmal zu dir. Ich habe euch ja besucht und ich habe diese Atmosphäre auch in eurem Zentrum kennengelernt, wo also wirklich Leute sind, die von allen, auch von ihrer Umgebung, von den nächsten Verwandten im Prinzip aufgegeben worden sind, aber dann doch zu euch kamen. Es sind Leute da, die konnten gar nichts mehr. Die haben nur noch gelegen, man musste sie füttern und man musste sie von vorne bis hinten betreuen. Und die machen jetzt Tonübungen auf dem Ball und die laufen zum Teil. Ist das für dich auch jedes Mal wieder ein kleines Wunder? Ja, es gibt manchmal, ich nehme an, du redest zum Beispiel über den Ball, da war mit einem Patienten aus Holland, die hatte ein Locked-In-Syndrom. Also das heißt, der ist zu uns gekommen, sein ganzes Körper war wie übergekochte Nudeln, also ganz schlaff, nur seine Augen konnte er hoch und runter bewegen. Und es ist interessant natürlich, es war mein erster Locked-In-Patient. Ich bin dann drei Wochen später, bin ich sofort zur Specialist für Locked-In bombardiert. Also das war schon ein bisschen komisch. Aber es ist jedes Mal eine Suche, jede Patient ist anders. Man muss, wir glauben, die Wissenschaft hat es nachgewiesen, es ist möglich. Aber jede Patient ist anders und wir mussten jedes Mal suchen nach Lösungen für gerade diese Patient. Und manchmal klappt es und manchmal sind wir am Suchen und klappt es im Moment nicht. Und dann gibt es so Momente, wo wir denken, oh, jetzt schaffen wir es nicht. Und dann kommt doch wieder dieser Moment, dass wir es dann doch wieder hinkriegen. Der Paul zum Beispiel, der Patient, wovon ich gerade geredet habe, die hat heute, ich glaube, zum zweiten Mal frei gezessen. Als du bei uns warst, hat er das noch überhaupt nicht gekonnt. Und jetzt seit letzte Woche Freitag kann er das mit seinen Händen auf dem Tisch sitzen und komplett frei sitzen. Also für ihn ist das ein riesiges Schritt. Und wir merken einfach jedes Mal wieder, das sehen wir mit Seunke, das sehen wir mit einem Freund von Seunke, die jetzt auch bei uns ist. Die zu uns kamen eigentlich auch ziemlich aufgegeben war. Ziel war letzte Woche drei Schritten frei gelaufen. Inzwischen hat er heute 168 Schritten frei gelaufen. Also, das ist für uns natürlich, deswegen wird man Therapeut, weil man solche Sachen erleben will. Und das Kommen ist natürlich in der Schule, und ich denke, das ist auch bei manchen anderen Therapeuten das Problem, kriegen wir gelernt, dass solche Patienten gar nicht besser werden können. Und wenn man sich dann nicht beschäftigt mit, was in der Wissenschaft inzwischen gefunden wird, und man glaubt das, dann macht man auch nichts mit solchen Patienten. Aber es ist unglaublich spannend, um mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten und dann zu merken, dass du jedes Mal irgendwie einen Weg findest, um es besser zu kriegen. Das macht diese Arbeit schön. Ja, der Erfolg gibt euch recht. Seunke, du bist immer noch in Pforzheim in Behandlung? Ja, doch, ich kann fast sagen. Also, wenn ich mit meiner Freundin telefoniere, dann sage ich, ich fahre jetzt nach Hause. Ich verbringe da mehr Zeit, ich habe da ein eigenes Apartment, man wird dort wirklich familiär betreut, man macht dort viel zusammen, und es ist wirklich schön, dort immer hinzufahren. Und um wirklich alles zu erreichen, die anderen bilden sich fort in ihrer beruflichen Ausbildung, und ich bin dort wirklich froh, hinzufahren, um wieder gesund zu werden, um das zu machen, was ich wirklich will. Und deswegen bin ich gerne dort. Prima. Vielen herzlichen Dank. Rüth, auch dir und deinem Team, die heute hier bei uns sind, herzlichen Dank, dass ihr den weiten Weg von Pforzheim gemacht habt, um uns das zu erzählen, um uns zu berichten, wie es bei euch funktioniert. Und Sönke, dir herzlichen Dank, dass du nochmal zu uns gekommen bist. Alles, alles Gute weiterhin, und wir verfolgen deinen Weg gerne weiter. Sönke Petersen. Applaus 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 Applaus